Mit Wasser, das ist halt unser Element da. Das ist halt unser Element, ja genau. Du wachst damit auf. Wir sind als kleine Kinder schon immer mitgefahren mit unserem Vater zum Fischen und das war für uns halt einfach normal. Mitten im Allgäu liegt die Stadt Kempten. Da gibt es das ganze Jahr über viel zu sehen und zu erkunden, also auch im Winter. Neben Genussmomenten, Kultur, Sehenswürdigkeiten, Shopping und allen möglichen Erlebnissen von entspannt bis actionreich, könnt ihr euch besonders freuen auf den Weihnachtsmarkt in Kempten, die Kemptener Einkaufsnacht, da haben die Läden bis 23 Uhr geöffnet und es gibt Programme drumherum, und auf die Eiszeit-Safari Allgäu. Das ist eine Sonderausstellung mit lebensechten Tierrekonstruktionen, faszinierenden Eiszeitfunden und Mitmachstationen. Da könnt ihr dann sehen, wie es im Allgäu vor ca. 20.000 Jahren aussah. Und falls euch Kempten alleine nicht reichen sollte, findet ihr jede Menge Ausflugsziele in der Ferienregion Allgäu, nun einen Katzensprung entfernt. Die Termine zu den Veranstaltungen und Links ins Allgäu findet ihr in den Shownotes. Ich hocke im Chiemgau auf einer der drei, glaube ich, sind es Inseln im Chiemsee, und zwar der Fraueninsel. Denn Herren Chiemsee hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung. Diesmal bin ich eben auf der kleineren... Ne, Schwester ist ja auch falsch, oder? Das ist eine Schwester. Wir werden das alles klären, denn ich sitze bei Tassilo und Florian Lex. Das sind Zwillinge und nicht nur das, das sind Chiemseefischer in der siebten Generation. Hallo Tassilo, hallo Florian. Hallo. Hallo, bitte sehr. Ist das die Schwesterinsel, die... Also wenn es eine Herreninsel und eine Fraueninsel gibt, sind die beiden miteinander verwandt? Also die... Jetzt mythologisch meine ich jetzt... Also es gibt, als Schwester den Begriff habe ich noch nie gehört, als Insel, aber es hat schon einen Grund, warum es Frauen- und Herreninsel heißt. Ja. Und zwar haben wir immer noch ein Kloster, ein Nonnenkloster auf der Fraueninsel, Benediktinerinnen, und es hat einmal auf der Herreninsel ein Mönchskloster gegeben, Augustinermönche waren es einmal. Daher die Namensgebung Herreninsel, Fraueninsel, und dann gibt es noch die dritte, die Krautinsel. Die was? Die Krautinsel. Krautinsel? Krautinsel, ja. Die ist unbewohnt. Okay. Das ist die kleinste, die ist zwischen den beiden Geschwistern, wenn man es jetzt so nennen will. Ja, früher, Schwestern, fast schon. Genau, und das war quasi der Garten von den Nonnen. Also die haben da richtig Ackerbau betrieben, die haben da alles Mögliche angebaut. Auf der Krautinsel? Auf der Krautinsel. Warum nicht auf der Fraueninsel? Ja, das weiß ich nicht. Auf der Fraueninsel, ja. Also da war der Platz natürlich sehr gering, weil natürlich auch viele auf der Fraueninsel gewohnt haben. Und dann hat auch später dann jeder Insulaner einen Grund auf der Krautinsel bekommen, wo er dann auch sein Kraut, sein Obst, sein Gemüse und alles angebaut hat. Wie in der Großstadt, nennen wir sowas Schrebergarten. Genau. Und müssen da dann halt zu Fuß hin. Ihr fahrt mit dem Boot. Wir fahrten dann halt mit dem Boot auf die andere Insel, um dann unsere Gemüse zu ernten. Aber das war früher, das kannst du heute jetzt nicht mehr machen, ja. Warum nicht? Und heutzutage natürlich die ganzen Touristen oder jeder möchte mal auch mal auf die Insel. Und dann, wenn da das Gemüse wird, dann der selber geprockt. Da könnte man so ein selber Pflück Erdbeerfeld vielleicht hinmassen. Was ist das hier? Also bevor wir über Fischerei reden, was ist das für eine Insel? Das ist ein, also ich war hier noch nie, ich war mal auf der Herreninsel, wie gesagt, aber die ist so groß, dass man deren Ende nicht sieht, wenn man an deren Anfang steht. Und hier ist es so, das ist ein total mystischer Ort, habe ich so das Gefühl. Das ist eine kleine Insel. Rundherum sind Berge. Darum rum ist See. Also eigentlich ist es der perfekte Ort. Was ist das für ein Ort? Also für solche Fragen eigentlich. Ja, entschuldigung. Ich freue mich bei uns an Opa, der ist nämlich wirklich die wandelnde Chronik hier. Der ist mit seinen 94 Jahren und auch ehemaliger Bürgermeister, ist vielleicht eine interessante Info. Wir sind nach wie vor, ich glaube immer noch die kleinste Gemeinde Bayerns, haben auf jeden Fall einen eigenen Bürgermeister. Unser Opa war immer eine Zeit lang Bürgermeister hier und der weiß alles über die Inseln, Chroniken und der könnte da stundenlang erzählen. Das wäre vielleicht ein eigener Podcast. Das wäre ein eigener Podcast eigentlich und der war auch spannend. Das Schöne bei uns halt, wir haben ganz viele verschiedene Buchten am See, wir haben viele Inseln und das zeichnet so den Chiemsee aus, weil das hier in Süddeutschland ist einzigartig, auch mit den großen Bergen im Hintergrund. Das ist schon was Schönes. Also damals, unser See ist ja ein Toteissee, der wurde durch einen Gletscher geformt und so sind dann auch die ganzen Inseln und Berge im See entstanden. Genau und das ist ein malerischer Ort bei uns. Wie ist das hier groß zu werden, also so als Jugendlicher? Ich komme selber vom Land und das ist eigentlich die Hölle, weil es gibt nichts. Du musst überall aufwendig hinfahren, Veranhalter mit dem Mofa, was auch immer man so hat und man will so schnell wie möglich weg. Wie ist das hier? Will man hier weg als Jugendlicher oder ist man jeden Tag fasziniert, wenn man aufsteht trotzdem? Also wir haben das große Glück gehabt auf der Insel, dass wir ganz viele Spielkameraden auf der Insel gehabt haben in unserem Alter und die Insel, das war natürlich praktisch. Wir haben schwimmen können, aber sind auch nicht direkt runtergekommen und haben unseren Spaß gehabt und im Sommer natürlich baden jeden Tag und angeln und das war natürlich wunderschön. Wird das langweilig dann irgendwann vielleicht auch? Also die Insel ist so groß, man kann so viel machen auf der Insel, das ist schon schön, aber man freut sich auch mal, wenn man dann mal runterkommt und seinen Horizont erweitert. Wie, die ist groß, die ist doch keinen Kilometer lang, oder? Ich glaube eine Meile ist außenrum. Eine Meile, genau. Außenrum? Ja, am Anfang, ja. Also ich glaube zum Joggen ist so eine Meile ziemlich knapp. Ja, also wie wir aufgewachsen sind, ist eigentlich so eine ganz klassische Frage, die uns oft gestellt wird. Ja, nun. Jemand träumt davon natürlich. Die meisten Leute können sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Es hat lange eine Schule hier gegeben, also unsere Großeltern und unser Vater noch ist hier zur Schule gegangen. So eine Volksschule oder was? Ja, genau. Da sind dann quasi die Schüler mit dem Boot in der Früh rübergekommen. Im Kloster hat es da Schule gegeben. Und dann war es noch ein Kindergarten, lange Zeit. Genau, dazwischen waren wir ein Mädchen, Gymnasium. Ja, stimmt, genau. Und dann, Kindergarten hat genau aufgehört in dem Jahr, wie wir dann in den Kindergarten gekommen sind. Also wir sind dann quasi aufs Festland rübergefahren, jeden Tag in der Früh. Am Anfang noch mit dem Linenschiff und dann später selber mit dem Boot. Linenschiff, stimmt. Das ist der Bus, also euer Bus sozusagen. Der Schifffahrt quasi, genau. Ja, das ist wie der Bus. Und dann steigst du im Festland in den Start, das ist halt der nächste Ort, da werden alle Insulaner ihr Auto stehen. Steigst du dann da im Bus ein und fährst dann eben in deine Schule. Alle Insulaner haben ein Auto? Alle Insulaner haben ein Auto. Alle Insulaner haben mindestens ein Boot. Das braucht ihr auch hier. Und da fährst du halt dann noch ein Start rüber, genau. Aber hier gibt es gar keine Autos auf der Insel, oder? Nein, ist verboten. Also du darfst jetzt da nicht zur Gaudi auf der Insel rumfahren mit dem Auto. Das ist bloß Lieferdienst. Und wenn hier mal Rettungswagen kommt oder so Geschichten, die dürfen dann herfahren. Oder Öl, ja, in irgendwelche... Genau, oder wenn einer baut oder was. Aber die Post kommt auch auf die Insel, also die deutsche Post, die bringt uns schon. Also Briefe. Auch mit dem Auto. Auch mit dem Auto. Der fährt schon mit dem Auto. Was heißt, es gibt hier auch Straßen, die mit Autos befahrbar sind? Kannst du mit dem Fahrrad, kannst du hier prima rumfahren, aber halt nur ohne Fahrrad. Ist auch nicht erlaubt. Was? Fahrradfahren ist, also du musst absteigen wie Insulaner fahren schon, zum Fisch ausliefern. Das ist schon. Fahrradfahrer ist verboten? Ja, aber als Riss darfst du das nicht. Du kannst das Fahrrad mitnehmen, aber dann musst du es schieben. Das ist so wie im Stadtpark, so ein bisschen. Ja, da kann man sich vielleicht so in die Richtung vorstellen, ja. Und Autos ist halt, also die Geschwindigkeit, wir haben eine Begrenzung hier. Aktuelle Debatte zur Geschwindigkeitsbegrenzung, bei uns ist es auf 10 kmh begrenzt. Okay, erster Gang und Fuß von der Branche. Das ist eine lustige Geschichte, ich weiß nicht, was ich so habe, mit der Kloster-Schwester, die haben so eine Golfcar und die fahren da manchmal vielleicht ein bisschen schneller, wie die Polizei läuft. Ja gut, Freitags gibt es Schlagbier, ne? Ja, genau. Und da haben sich manche Leute schon mal ein bisschen beschwert, dass da die Nonnen so schnell um die Insel heizen. Was ist denn passiert, dass hier Kindergarten, Schule und so verschwunden sind? Haben die Leute einfach weniger Kinder gekriegt und es hat sich nie mehr gelohnt? Also die Insel hätte noch nie gereicht, glaube ich, dass da die ganze Schule oder Kindergarten voll machen kannst. Also ich glaube, heutzutage, damals früher war das kein Problem, aber heutzutage geht das nicht mehr, weil da ist das erstens schon mal gefährlich mit den Kindern, wenn sie ins Wasser fliegen oder was. Wieso sind früher reihenweise Kinder ersoffen? Nein, sind eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Aber damals war das einfach, aber heutzutage, da bringst du dein Kind vielleicht später mal zum Kindergarten oder das geht einfach nicht. Da ist damals einfach, die Kinder haben alle um sieben Uhr in der Früh gestarrt sein müssen und dann sind alle mit dem Boot auf die Insel. Und jetzt heutzutage ist das nicht mehr machbar. Die Menschen, die jetzt hier auf der Insel leben, wovon leben die? Ne, sind nicht alles Fischer, ne? Ne. Also es gibt sechs Fischereien hier auf der Insel, also sechs Familienbetriebe, so wie wir. Sind die alle so alt? Es gibt jetzt noch zwei, die sind auch in unserem Alter, die jetzt vor kurzem quasi im Betrieb übernommen haben oder mit eingestiegen sind. Und sonst, ja, im Alter von unseren Eltern und... Ich meine Generationentechnik, also sechste Generationen, siebte, siebte Schuhe. Ja, teilweise schon, oder? Also ähnlich alt wie unsere Fischerfamilie, ja. Es hat auf der Insel auch früher noch viel, viel mehr Fischerfamilien gegeben auch. Aber es gibt auch zwei Fischerfamilien von den sechs, da geht es auf jeden Fall weiter auch. Also wir sind zwar ein, sagen wir mal, ein aussterbender Beruf, muss man sagen, ja. Ernsthaft? Bei uns in Südbayern schon, ja. Aber wir kämpfen, dass es natürlich weitergeht. Warum seid ihr ein aussterbender Beruf? Das ist doch, also die Leute, die essen doch Fisch wie blöd, oder? Ja, das stimmt schon, ja. Also Fisch wird gerne gegessen, aber... Und Pangasius hältst du ja nicht aus. Das ist ein verbotenes Wort bei uns. Das P-Wort, das kann ja keiner essen. Nein, es ist, der See muss natürlich auch hergeben. Also man muss natürlich auch was fangen und man muss vor allem auch seinen Fisch, den man fängt, gut vermarkten. Nein, also viel Fisch fangen heißt nicht automatisch viel Geld. Also man muss schauen, dass man seine Fisch veredelt, dass man die auch gut an den Mann bringt. Und die Vermarktungsstrategien spielen eine große Rolle. Es reicht nicht zu sagen, das hier ist ein Filet vom Chiemsee-Zander. Ja, also mittlerweile ist das schon so eine Marke geworden, dass man sagt, Chiemsee-Fisch kann man schon so sagen. Auch in Münchner Gastronomien, die das sehr gerne abnehmen. Oder besonders die Edel-Gastronomie. Die setzen jetzt auch auf heimische, nachhaltige, gefangene Produkte. Das ist ganz klar, ja. Regio, Regio. Aber wenn wir jetzt alleine die Wirtschaften nur beliefern würden, dann würde uns das nicht reichen. Man muss sie schon tun. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, es verkauft sich einfach, weil das ist ja so ein ganzes, wie soll ich sagen, so eine Art Sehnsuchtskonzept. Die Alpen, die Seen, Bayern, Schuhplattern, you name it. Alles, was nördlich des Mainz geglaubt wird, was Bayern ist. Das kannst du ja in einem Fisch ausdrücken, den du von hier aus in den Norden schaffst. Also der Deutsche ist halt einfach, wie kann man das beschreiben, ein verdorbener Konsument, der einfach nicht so gerne so viel Geld für die Lebensmittel ausgibt. Der Deutsche, der hat halt einfach gerne ein Haus und ein Auto. Er wandelt sich aber auch. Billig ist es nicht, was ihr macht. Nein, das ist ja das. Also wir verlangen natürlich auch ein bisschen einen Preis für die Arbeit, weil das nach wie vor ein Handwerk ist, was wir betreiben. Und wir stehen da jeden Tag in der Früh auf und könnten, ja, 365 Tage im Jahr könnten wir zum Fischen fahren. Und jeden Tag hätten wir auch was zu tun. Man muss auch die Netze wieder in Stand halten. Im Sommer haben wir viel Arbeit. Da bleiben bestimmte Sachen auf der Strecke und die Baustellen, die müssen wir halt in den Winter flicken. Also Arbeit geht uns nicht aus. Und deswegen schauen wir natürlich, dass wir die Arbeit einigermaßen gut bezahlt kriegen. Und da ist Mundpropaganda gefragt. Wir müssen die Leute halt auch beibringen, dass das Handwerk ist und die Fischsemmel nicht mehr verkaufen. Dann haben wir den Fisch mindestens elf Mal in der Hand. Gut, elf Mal in der Hand. Das ist ja ekelhaft. Ja, bis man dann auf der Semmel hat. Und natürlich verlangen wir halt ein bisschen was dafür. Was heißt elf Mal in der Hand? Also elf Produktionsschritte, bevor er auf der Semmel liegt. Genau, elf Verarbeitungsschritte sozusagen, bis er dann veredelt und geräuert zum Beispiel. Erzähl mal, was für ein Fisch liegt auf der Semmel? Die Renke. Die Renke. Die Chiemsee-Renke. Also die Renke ist... Ein Freund von mir heißt Renke. Ach so, Renke. Ja, ist Ostfrieden. Da gibt es keine Renken, ja. Die Renke ist eigentlich ein sehr verbreiterter Fisch. Der hat bloß überall regional verschiedene Bezeichnungen. Also am Bodensee ist Fällchen bekannt. Ah, Fällchen habe ich schon gehört. Ja, genau. Das ist geläufiger. Und gibt es auf der ganzen nördlichen Hemisphäre, auf der ganzen nördlichen Hallkugel, gibt es die Renke im tieferen Süßwassersehen. Und hat er bloß überall an anderen Nomen. Die Renkensemmel, schönes Wort. Renke, ja. So, elf Schritte. Mit welchen fängst du an? Fangen. Genau. Also rausfahren ist wahrscheinlich ein Schritt. Genau. Okay, das heißt, du zählst möglichst kleinteilig, damit es spektakulär klingt. Ja, es ist so, dass wir, also wenn ich jetzt Olli aufzählen, aber wirklich fangen, ja. Dann musst du den Fisch abschlagen, dann herinnen. Abschlagen? Mhm. Was bedeutet das? Fachgerecht töten. Fachgerecht töten, okay. Und wie tötet man einen Fisch fachgerecht? Mit einem Schlag auf dem Nacken. Aha. Ja, und dann muss man noch einen Kiemenschnitt durchführen, dass er komplett ausblutet. Und dann ist er tot. Okay. Also erst auf den Nacken schlagen, dass er betöbt ist. Und dann töten. Das war Schritt drei. Mehr oder weniger eins, zwei, ja. Und dann fahren wir halt auf die Insel zurück mit unserem Fang. Und arbeiten wir dann alle zusammen. Also wir zwei, unser Vater und unser Opa, stehen wir dann mit drei Generationen zu viert in einem Raum und verarbeiten die Fische. Und da ist halt Schuppmann gesagt, dann ausnehmen, also quasi sauber waschen den Bauchraum. Und teilweise werden wir auch noch die Haut abziehen für Filets, die wir noch einlegen. Also marinieren. Und dann werden es geräuchert. Und dann werden die Geräucherten nochmal filetiert und Haut abzogen und dann auf die Semmel gelegt. Und dann werden es verkauft. Also da sind viele verschiedene kleine Schritte drin. Aufschneiden, Bauch aufschneiden, ausnehmen, schuppen. Das sind alles so kleine Schritte. Das sind so die Sachen, die so Großstädter wie ich eigentlich total eklig finden. Ja, also wenige Menschen haben da wahrscheinlich Bezug dazu. Aber das gehört ja einfach zur Verwaltung. Musst ihr euch daran gewöhnen? Oder ist das einfach, wenn man in so einem Fischbetrieb aufwächst, ist das einfach so? Beim Fisch, da macht es mir jetzt nichts aus, muss ich sagen. Aber wenn jetzt ein anderes Wild erlegt oder sowas, das wäre für mich dann schon auch nicht so toll. Das möchte ich auch nicht so gern. Aber da wir da schon damit aufgewachsen sind als Kinder und schon mit unseren Spätzln oder Freunden beim Angeln waren, ist das bei uns dann ganz normal. Aber warum ist es unangenehmer für dich, ein Wild aufzubrechen? Weil letztendlich ist es doch dasselbe, oder? Gut, es ist halt ein bisschen mehr drin. Der Bezug, glaube ich, fehlt ein bisschen. Also dadurch lässt du jetzt irgendwie, mei, mit Wasser, das ist halt unser Element da. Das ist halt unser Element, ja. Du wachst damit auf. Wir sind als kleine Kinder schon immer mitgefahren mit unserem Vater zum Fischen. Und das war für uns halt einfach normal, ja. Und andere Viecher, das ist einfach nicht unser, wie sagt man das, unser Milieu. Das Abschlagen, das macht ihr auf dem Boot direkt? Das machen wir unmittelbar, genau. Musst machen, ja. Wenn der Fisch aus dem Wasser kommt. Ich hätte gedacht, ihr habt da vielleicht so ein Becken irgendwie auf dem Boot, so mit Wasser, und da kommen die erstmal rein. Und dürfen sich dann noch ein Stündchen in Sicherheit wiegen. Nein, also das ist Pflicht, das ist Vorgabe quasi vom Gesundheitsamt, ja. Ist das stark reguliert, reglementiert, euer Job? Wo du gerade sagst, Pflicht. Ja, also es gibt natürlich... Klar, Funknoten und sowas, ne? Aber die haben wir nicht. Funknoten haben wir nicht. Ja, genau, das ist jetzt nicht so wie ein Meer, wo man einfach alles rausholt, weil da kommen wir wieder zurück. Wir möchten natürlich gerne nachhaltig fischen, also das ist ein Mode-Wort hier, aber das haben unsere Vorfahren schon Generationen gemacht, das nachhaltig fischen, bevor es das Mode-Wort gar nicht gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, die haben es halt nur anders genannt. Genau, die haben es halt einfach anders genannt, ja. Beziehungsweise haben sie es einfach gemacht, weil sie genau wussten, dass sie nächstes Jahr immer noch Fische haben wollen. Genau, irgendwann ist dann nichts mehr da, genau. Und deswegen, das ist das Wichtige, dass wir natürlich nachhaltig, heißt für uns nicht rausnehmen, rausnehmen, sondern auch die gewisse Alter an Fische rausnehmen und natürlich auch einsetzen an Fischen auch. Also Brotmaßnahmen können da auch dazu und das ist auch ganz viel Arbeit, die die meisten eigentlich nicht sehen und das können natürlich auch dazu. Das heißt, ihr seid auch Züchter gleichzeitig? Ja, also zum Beispiel bei den Ränken, das sind ja Salmonidenfische, also wie die Forelle, die laichen dann so im Winter rum und wenn die laichen, dann befischen wir auch die Ränken und streifen dann auch die, also von dem Weibchen, den Rogen, streifen wir ab und erbrüten wir ihn. Okay. Und sobald dann die kleinen Ränken geschlüpft sind von den Eiern, werden die wieder am ganzen See ausgesetzt, genau. Warum lasst denn ihr, also warum macht denn ihr euch die Arbeit, wenn die Fische das selber können? Die Fische können das selber, aber es gibt natürlich natürliche Schwankungen, die ganz normal sind und so gleichen wir die ein bisschen aus und schauen natürlich, dass wir auch etwas noch dazu tun. Und wir haben damit seit Jahren schon Erfolg. Wir sind der einzigste See, einzigste See in ganz Europa, der so einen Erfolg hat mit den Ränken. Und warum soll man das nicht machen? Erfolg im Sinne von Populationswachstum? Dass genug Ränken im See drin sind und das Ränkenwachstum ist bei uns noch sehr gut, muss man sagen, ja. Woher wisst ihr, dass genug Ränken im See sind? Also wie zählt ihr die Fische im See? Also das ist quasi einfach, wenn du was im Netz hast, dann hast du Ränken im See. Und wenn du nichts drin hast, dann schaut es schlecht aus, ja. Ja, aber woher weißt du, ob es genug Ränken sind? Ja, also es gibt so Probefischungen natürlich auch. Okay. Man kann dann auch anhand der Schuppe, kann man messen, wie bei den Bäumen, mit den Schuppenringen, kann man messen, wie alt der Fisch denn ist. Ja. Und wir schauen natürlich, dass wir da die Ränke befischen, die schon mindestens zwei, dreimal abgeleicht hat. Genau, und die Jüngern, das wäre schlecht, weil sonst haben die nicht mal abgeleicht. Und dann werden das natürlich immer weniger sozusagen. Heißt das, ihr holt die Ränke raus, guckt euch die Schuppenringe an und werft sie dann wieder rein? Nee, das ist zu viel Aufwand. Es gibt zweimal Probefischungen und dann richten wir uns danach mit der Maschenweite von dem Netz. Ah, okay. Je weiter die Masche ist von dem Netz, desto größer ist die Ränke und desto älter natürlich. Das heißt, ihr habt sozusagen dann jedes Jahr oder jede Saison einen neuen Wert für so groß ist eine zweijährige Ränke und passt dann eure Maschenweite an? Ja, so in der Art, ja. Und die Maschenweite, also wir sind hier eine Genossenschaft am See, wir halten hier alle zusammen, sind 16 Seenfischer. Und wir geben natürlich dann untereinander dann die Netzanzahl und die Maschenweite von den Netzen geben wir natürlich vor. Und so viele Netze darf man natürlich dann, darf jeder Fischer dann auslegen am See. Also wir kontrollieren uns quasi auch gegenseitig, ja. Dass wir dann natürlich dann alle nachhaltig fischen und dass nicht einer mehr rausholt wie der anderen. Da ist natürlich dann Fischers Glück und können natürlich, dann kannst du dein Netz überall da hinsetzen, wo du willst. Und da kommt es dann darauf an, wer der bessere Fischer ist. Ihr dürft überall im See eure Netze ausbringen, egal wo. Es gibt halt Bärzonen, da darf man halt einfach ein Netz setzen. Aber im Prinzip ist es so geregelt, dass jeder sein Netz überall setzen darf. Und wer zuerst kommt, mag zuerst. Also muss man einfach dann Abstand halten. Oder früh kommen. War auch nicht immer so. Ja, früher war das in Gebiete aufgeteilt. Wir durften in Solana Plus dann eben Richtung Osten rausfischen und die westlichen Ufer halt nur in ihre Gegend. Aber das ist mittlerweile alles offen. Jeder kann da sein Netz setzen, wo er mag. Und wie gesagt, man muss halt nur Abstand halten. Und das funktioniert? Funktioniert. Es ist nicht so, dass irgendwer sich denkt, ach, ich hole jetzt nochmal eine Tonne mehr raus. Ja, also es ist halt einfach in der Netzanzahl, es ist halt einfach begrenzt. Das Ganze läuft da immer in Absprache mit der Fischereifachberatung, die auch diese Untersuchungen da eben mitmachen. Und das Institut für Fischerei in Starnberg, die machen, wie gesagt, diese, wie der Florian schon erzählt hat, jetzt halt die Untersuchungen. Und dann sagen die uns, oder können uns ziemlich gut voraussagen, was noch so Biomasse im See ist, was auch der Altersdurchschnitt ist. Also die Struktur vom Rinkenwachstum und von der Population. Und dann können wir eigentlich ziemlich gut festlegen, mit welchen Maschen es sinnvoll ist zu fischen. Natürlich wollen wir auch was fangen, ist klar. Aber wir sollten halt einfach trotzdem schauen, dass die Kleinen einfach drinbleiben. Und dann können wir das relativ gut steuern und für die Zukunft vor allem mal festlegen. Mir geht gerade so ein bisschen die Romantik flöten, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Das ist so, man denkt so, ach, die Fischer von der Insel fahren morgens raus und werfen ihre Netze aus dem Sonnenaufgang. Nein, das ist das Amt für die Fischpopulation. Aber das ist schon ein technischer Beruf auch, oder? Ja, also das Ganze läuft in Zusammenarbeit. Das darf man jetzt nicht so sagen, dass die uns da komplett einschränken. Im Einerseits ist es technisch, aber dann im Endeffekt, wenn wir dann rausfahren am See in der Früh, dann ist das schon romantisch. Weil dann, wenn du das Netz auswirfst oder wenn du es reinholst, das ist dann schon schön. Ist das wirklich so? Also ist das immer so vor allen Dingen? Also fahrt ihr jeden Morgen gerne raus und denkt euch, wow? Es gibt auch gewisse Morgene, da ist dann so richtig schlecht Wetter, Regen von der Seite oder es gefriert und es ist eiskalt. Das Wasser gefriert da am Körper, da freust du dich dann schon auf einen warmen Tee daheim. Aber es ist auch schön, also es ist jede Stimmung schön eigentlich. Könntet ihr euch das erlauben, einfach im Winter nicht rauszufahren, weil das Wetter schlecht ist? Also von November bis März fischen wir nicht? Ja, ganz so lange vielleicht nicht, aber man kann auch mal sagen, so, jetzt ist einfach mal eine Woche Ruhe oder auch von mir aus ein Monat, ja. Aber da verdient es halt einfach nichts, ist klar. Also das musst du halt erlauben können und vor allem wollen. Das musst du dir erarbeiten wie so eine Eisgülle. Aber wir haben das schon auch, dass wir einfach mal ein paar Tage einfach die Netze rauslassen lassen. Da ist halt im Winter einfach mal Urlaub angesagt und da haben wir vielleicht mal was anderes zu tun. Und wenn wir jetzt wissen, dass nächste Woche komplett Sturm ist, so ein scheiß Wetter, dann sagen wir, gut, jetzt lassen wir die Netze halt mal raus, dann machen wir was anderes. Gehen wir mal Skifahren? Ja, es ist bei uns schon ein Saisonberuf, muss man schon sagen, weil die Natur im Winter natürlich auch etwas schläft. Auch unter der Wasseroberfläche, da sind die Fische auch ein bisschen ruhiger unterwegs und denen geben wir auch die Zeit. Und jeder Fisch hat seine Schonzeiten, die werden dann auch nicht befischt, die Fische. Und im Winter haben wir natürlich dann auch mehr Zeit und fischen dann nicht so viel wie im Sommer natürlich. Wenn ihr sagt, ihr lasst die Netze draußen, da fällt mir auf, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, wie euer Job eigentlich geht. Also ich weiß, man fängt Fische mit Angeln. Aale fängt man mit Reusen. Wie eine Reuse funktioniert, habe ich auch schon mal begriffen. Ansonsten kenne ich noch Schleppnetze, die den kompletten Meeresgrund einfach mitnehmen. Nichts davon macht ihr. Wie funktioniert euer Fischfang? Angeln, den wir auch schon lange nicht mehr haben als Kinder. Nein, wir fischen mit Stellnetzen. Also das heißt, es wird wie so eine Wand am Boden aufgestellt. Unsere Netze sind so 140 Meter lang, gut 5 Meter hoch. Besee ist wie tief? Die tiefste Stelle ist 74, aber im Mittel bloß 25, also eigentlich sehr flach für die Größe. Und da setzen wir die Netze halt. Und ja, also es gibt, natürlich gibt es ein bisschen bessere Stellen und ein bisschen schlechtere. Und da muss man einfach wissen, wo sie die Fische lieber aufhalten. Und man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass der See wie eine Wanne ist. Sondern der hat auch Berge und eine gewisse Morphologie. Und es gibt halt Stellen, da ist einfach ein bisschen meerelos. Da halten sie die Fische einfach lieber auf. Das muss man halt wissen. Auch zu bestimmten Jahreszeiten, weil die Fische nicht immer in derselben Tiefe unterwegs sind. Das ist dann auch so das Geheimwissen, das von Generationen zu weit. Das ist die Erfahrung. Und es gibt kein Patent zum Fischen auf dem See. Also, dass du da garantierst, wenn du das rausfährst, du dein Netz irgendwo reinschmeißt, dass was drin ist. Aber wie stellt ihr ein Stellnetz? Unten ist eine Bleileine dran. Achso, wie so eine Gardine. Und oben ist eine Schwimmerleine. Genau, und das stellt sich dann von alleine auf. Okay, verstehe. Das heißt, ihr hängt also eine grobmaschige Gardine einfach in den See. So kann man sich das vielleicht ganz banal vorstellen. Ja, das ist für so Typen wie mich halt. Genau. Und da verheddert sich der Fisch drin und irgendwann zieht ihr die Netze aus. Genau, idealerweise. Die kleinen Fische schwimmen durch, durch die Masche. Und die größeren Fische, die bleiben halt mit der dicksten Stelle vom Körper hängen. Und sind dann auch so groß. Größere. Also, weil Fische nicht rückwärts schwimmen können, kommen die auch nie wieder raus. Ja, genau. Also, manchmal kämpfen sie sich durch. Ja. Und sonst verheddern sie sich halt drin. Und dann ziehen wir es quasi, das Netz holen wir raus, tun die Fische aus dem Netz. Und wenn es eine gute Stelle war, dann setzen wir es wieder hin, das Netz. Wenn es eine nicht so gute Stelle war, dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. Das ist so größtenteils die Arbeit auf dem See. Und dann haben wir eben auch noch Rösen für Aale und andere Sachen. Kutze Rösen, kleine Rösen. Die Netze, gehen die davon kaputt? Ja, kommt schon vor. Das ist ein Nylon. Na, ich würde erwarten, dass wenn du dann da einen Fisch rauskürbelst. Ja, kommt vor. Wir schauen natürlich, dass man möglichst vorsichtig arbeitet. Jetzt im Winter haben wir die Handschuhe und da hast du ja nicht so viel Gefühl. Da kann es schon sein, dass du mal eine Masche brichst. Das gehört halt dazu. Und wenn das Netz dann fertig ist, dann setzen wir halt ein neues. Also, mit Flicken fangen wir dann nicht mehr an. Okay. Macht ihr eure Netze selber oder kauft ihr das? Ja, so Traubnetze, also so große Rösen, bauen wir selber. Also, zum Teil. Das ist also eine Aufgabe für den Winter halt. Und die Netze, die musst du halt, ja, anschlagen. Das heißt, du kriegst halt das Netz platt, also nur die Maschen. Und dann musst du oben an die obere Seite, musst du dann einfach diese Schwimmerleine anschlagen mit einem Faden und unten die Bleileine. Wie bei der Gardine auch, die du kaufst, musst du auch irgendwie annähen. Genau, das ist gerade so die Arbeit, die jetzt vor allem im Winter... 140 Meter ist ein Netz lang. Wie viele Netze habt ihr da draußen stehen? Sagt man das? Stehen? Ja, auslegen. Also, aktuell sind es drei. Das ist jetzt gerade im Winter. Wir haben heute erst angefangen, gestern die Netze gesetzt. Die Renke hat das schon Zeit gehabt, über ein Neujahr. Und jetzt haben wir gestern Netze gesetzt. Heute war der erste Tag. Drei Gardinen. Und aktuell sind es drei mit 40 Millimeter Maschenweite. Und das werden wir dann die nächsten Wochen ein bisschen runter reduzieren. Von der Weite auf 37 Millimeter. Und dann kommt dann mal ein Netz dazu. Also im Sommer, meistens so bei fünf Netzen. Ihr arbeitet auf Millimeter-Basis. Wow. Ja, weil jetzt einfach die... Also von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Und jetzt im Moment sind die Fische halt einfach, weil die gerade leicht haben, vielleicht teilweise noch ein bisschen dicker. Weil die halt einfach vielleicht noch ein bisschen leicht drin haben. Und da fängst du dann vielleicht auch die Jüngeren. Das magst du halt nicht. Und deswegen fischen wir jetzt gerade noch mit 40 Millimeter Netzen. Und dann gehen wir runter auf 37. Das ist so die Größe, die sie bewährt hat die letzten Jahre bei uns. Also die Fische, die wir damit fangen, die sind alle so vier Jahre alt. Aufwärts. Und das ist genau das richtige Alter. Wie viel fangt ihr denn eigentlich so im Jahr? Also haltet ihr das nach? Wiegt man das? Zählt man das? Es gibt schon eine Statistik, die du am Jahresende einfach aufführst. Aber aufs Gramm rausrechnen kannst du das nicht. Das geht nicht. Aufs Gramm nicht, aber es sind schon ziemlich viele Ränken und Fische. Aber da geht es ja nicht ums Gewicht. Es geht einfach darum, dass du den Fisch, sage ich mal, gut vermarktest und dass die Wertschöpfung pro Fisch sehr hoch ist. Das ist das, was man da ausmacht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie viel Fisch, also wenn ihr so rausfahrt und ein Netz reinholt, also das Netz, was macht man mit dem Netz, wenn man es einholt? Man holt es ein. Einholen. Man holt es ein, okay. Ihr holt dann so das Netz ein, dann pokelt ihr da die Fische raus, haut denen einen auf den Kopf und schmeißt denen in den Eimer. Mit wie vielen Fischen kommt ihr dann zurück? Heutzutage waren es 60 Stück. 60, das ist jetzt mäßig, aber für die Jahreszeit ist das noch okay. Okay, also 60 ist dann die Untergrenze so. Ja, also das steigert sich dann Richtung Sommer, da geht es dann mal in die oberen 100 Bereiche einmal rein. Wow, okay. Nur, dass ich eine Vorstellung habe. Nein, das kann man schon immer unterschiedlich. Und dann die paar Arbeiten, wenn du da mal 1.000 Fisch gefangen hast, dann hast du richtig was zu tun. Und dann musst du es natürlich auch noch verkaufen. Es ist ja nicht so, dass du dann einen Haufen Fischdolling hast. Jetzt musst du auch schauen, dass du das Abnehmer hast dafür. Genau. Wie macht ihr das mit den Abnehmern? Also du fängst jetzt heute 60, morgen fängst du 300. Telefonierst du dann sämtliche Restaurants ab und sagst hier, ich habe die Renke im Angebot? Ja, also wir haben halt einfach ein paar Stammlokale, die bestellen regelmäßig. Und da schauen wir auch, dass wir immer was liefern können. Wenn wir ein bisschen weniger haben, dann gibt es halt einfach ein bisschen weniger. Das Zeug wächst halt nicht auf den Bäumen. Das ist halt einfach, wir können nur das verkaufen, was wir fangen. Aber deswegen bewillen wir uns natürlich auch, dass wir auch genug fangen, wenn es einfach mal eine schlechte Phase ist. Und wenn es mal mehr ist, dann muss man halt teilweise vielleicht auch mal, also nicht direkt hausieren gehen, aber dann haben wir auch so ein paar Kandidaten, die wir anrufen, ob die vielleicht interessiert sind an Fisch und eine Wochenkarte machen wollen oder so. Okay. Genau. Also wir schauen, dass wir den Fisch natürlich gut weiterbringen, aber nicht an Handel. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Das ist ja nicht unsere Philosophie, weil dann die Wertschöpfung, die nicht so groß ist. Wir schauen, dass wir den schon direkt an Wirtschaften verkaufen oder natürlich dann auch direkt vermarkten. Das heißt, ihr bleibt dann aber auch in der Region mit eurem Fisch. Also in Berlin werde ich keinen Fisch von euch finden. Also. Ja, vielleicht in einem dieser Sterneläden. Es gibt noch, wir haben noch eine dritte Vermarktungsstrategie, ich sage jetzt mal, die hat sich da Florian nochmal ausgedacht mit einer anderen zusammen, dass wir quasi eine Art Online-Handel haben. Also man kann unseren Fisch durchaus in Berlin genießen. Ja, er wird vakuum verpackt mit Kühlelementen in einer Thermobox, wird das verschickt mit Express versanden und dann ist das innerhalb von 24 Stunden da und kommt da kühl an und da kann man sich auch mal einen Frischfisch bestellen oder im Winter einen Kaviar oder alles mögliche. Ja, was wir können dazu fangen, ja. Kaviar. Es gibt Kaviar hier. Ja, aus der Ränke, aus dem Rogen machen wir einen Kaviar. Machen. Ich dachte, Kaviar wäre so das Zeug, was da rauskommt. Kaviar ist ein Verarbeitungszustand. Ja, genau. Okay. Es ist der Rogen. Die Rogen sind quasi die unbefruchteten Eier und da kannst du dann Kaviar draus machen. Ich dachte, die Dose Kaviar wäre tatsächlich eine Dose unbefruchtete Eier, ohne alles. Mit Salz meistens. Ja, ein bisschen mit Salz so gemacht. Ganz einfach gesagt, einfach ein Rogen mit Salz, das Kaviar. Okay. Ganz einfach. Also man kennt schon ein paar Schritte dazu, aber es ist ähnlich, ja. Was für Fische finde ich denn überhaupt bei euch, abgesehen von der Ränke und dem Zander, den ich gerade eben gegessen habe? Mhm. Hecht war es. Hecht war es. Ja, sehe ich was. Gibt es denn auch Zander, damit ich nicht allzu viel Blödsinn geredet habe? Ja, nein, gibt es auch. Also wir haben, ich weiß nicht, es sind 25 heimische Fischarten. Also es gibt eigentlich fast alle Süßwasserfischarten, die es bei uns so gibt, im See. Aber natürlich die bekanntesten ist der Zander, natürlich. Ich glaube, den kennt jeder Deutsche, der auf der Karte. Das ist jetzt nicht irgendein Zander, den wir fangen. Das ist einer, also wir fangen hauptsächlich ganz große Zander. Die sind so 80 Zentimeter, ein Meter groß teilweise. Und die haben ein richtig dickes Fleisch und festes und ganz anderes Fleisch wie der Zander. Das Zanderfilet, das kleine, was man sonst so essen kann. Das geht natürlich dann hauptsächlich an die Edelgastronomie. Das ist eine ganz andere Qualität. Das heißt, das ist auch eine kleine Menge nur, die ihr... Ja, also die Menge ist jetzt nicht die Massenware, die man sonst so bekommt, genau. Und sonst haben wir, fangen wir natürlich Forellen auch viel, Seeforellen oder Karpfen, fangen wir auch teilweise viel. Wachsen. Karpfen. Also, oder die Praxe ist auch ein karpfenhaltiger Fisch. Schmeckt fast ähnlich und kann auch sehr gut räuchern. Ich gehöre zu den Leuten, die Karpfen nicht essen können, wegen Müllhalde. Wegen den Gräten, oder was? Nee, wegen dieser müllige Geschmack. Ja, das ist aber bei uns nicht so krass, weil die einfach in einem unglaublich guten Wasser aufwachsen. Also die ernähren sie ja von Natur. Also der Moosgeschmack kommt eigentlich immer nur davon, wenn der Karpfen jetzt in so einem frischen Wasser schwimmt. Ja, ich habe das letzte Mal vor, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahre her, habe ich in Franken Karpfen gegessen. Und das fand ich so fies. Alleine der Gedanke daran lässt mich würgen. Ja, ist schon ein guter Fisch. Warum ist es? Das heißt, ich sollte ihm noch eine Chance geben? Darf ich schon sagen. Also deswegen gibt es kein schlechter Speisefisch. Aber es gibt eben auch viele Fischarten hier im See, die jetzt nicht Speisefisch geeignet sind. Die schauen wir natürlich, dass wir die nicht fangen. Was heißt als Speisefisch nicht geeignet? Sind die giftig? Nein, das heißt aber teilweise viel Gräten oder Kleinen. Aber du kannst jeden Fisch essen. Im Prinzip kann man jeden Fisch essen. Man muss nur wissen, wie man zubereitet. Natürlich, früher, da gibt es ganz andere Zubereitungsarten, die sind verloren gegangen. Ja, die gibt es nicht mehr so. Aber im Grunde kannst du jeden Fisch essen. Aber die gängigen Fische natürlich, wo ich jetzt gesagt habe, Zander, dann die Renke, die Forelle. Wälse fangen wir auch viel. Aale haben wir auch viel im See. Wälse sind riesengroß, oder? Ja. Können groß werden. Wir haben auch sehr große Wälse. Dadurch, dass unsere Seen jetzt auch immer ein bisschen wärmer werden in den letzten Jahren. Gibt es auch immer mehr Wälse, muss man sagen, ja? Nicht unbedingt gut. Nein? Ja, es ist halt einfach so. Ein Wälse ist eigentlich im Fließgewässer heimisch. Der hat eigentlich bei uns im See gar nichts verloren. Aber weil er bei uns einfach unglaublich viel Nahrung im See ist. Und Wälse hat irgendwo noch so einen Spitzenpredator. Der hat da, wenn die da rein suchen, die können sich da satt essen. Und deswegen gibt es natürlich immer mehr. Nimmt schon ein bisschen Überhand eigentlich. Kann man da was gegen machen? Nee, ne? Das ist ja kein Wälfgift. Einfach befischen halt. Fischend, ja. Die regulieren sich dann wieder von selber. Aber geht das? Könnt ihr gezielt Wälse befischen? Geht eigentlich nicht. Ja, aber... Die netze schon, wenn du es halt irgendwie flach eischtest oder so. Ja, da kannst du es schon befischen. Das ist schwierig. Mit Reusen bin ich nicht mehr. Aber was wir müssen machen, wenn die Sommer immer wärmer werden, dann fühlen sich die Wälse natürlich auch wohl in den Seen. und werden dann natürlich mehr. Und da kannst du es natürlich nicht mehr machen. Da kannst du es halt nur befischen. Aber mehr nicht. Schmeckt der denn der Wälse wenigstens? Also wenn er in so einem Frischwasser wie bei uns aufgewachsen ist, schmeckt er sehr, sehr gut. Also ein super Fleisch. Auch die Gastronomie, die sind ganz scharf drauf. Also gutes Fleisch, ein festes Fleisch, aber schmeckt sehr, sehr gut. Was für eine Art Beruf ist das eigentlich, den ihr macht? Ist das ein Ausbildungsberuf? Ist das ein Studiengang? Oder ist das was, was man einfach macht, weil es Papa gemacht hat? Nein, es ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Also wir haben beide unseren Gesellen gemacht und dann einen Meister draufgelegt. Und da gibt es natürlich auch noch irgendwelche Studiengänge, irgendwie Aqua-Gymnastik. Ja, ich weiß nicht. Also da gibt es dann schon noch irgendwie so ein bisschen eher Forschung, Forschung, Berufe in die Richtung. Aber das ist dann nicht so direkt nicht mehr das Handwerk, was wir jetzt auf dem See machen. Ja, das ist dann eher irgendwie technisch in die Richtung Untersuchungen, Limnologie oder sowas, was Untersuchungen. Habt ihr das freiwillig gemacht? Also habt ihr das freiwillig gelernt? Oder ist das also siebte Generation? Ich würde mal vermuten, spätestens ab der dritten Generation kann man eigentlich nicht mehr Nein sagen. Also da ist dann die Tradition, kann dann zur Last werden. Dass du sagst, eigentlich würde ich gerne, weiß ich nicht, Tennislehrer werden. Ich kann das vielleicht von meinem Lebenslauf ein bisschen erklären. Wir sind quasi miteinander in die Schulgänge und haben nach der Grundstelle auf verschiedene Schulen. Und der Florian hat dann nach dem Schulabschluss gesagt, er probiert das jetzt. Und das aber aus freien Stücken. Also unser Vater hat uns das nie irgendwie verpflichtet. Er hätte aber auch nicht gemusst. Also wenn du siebte Generation, da schämt man sich doch, wenn man sagt, ich mache das nicht. Ja, ich dachte es gar nicht so. Ja, es ist kein Muss gewesen, natürlich. Aber natürlich wäre es natürlich schön, wenn einer weitermacht. Und ich habe mir die Lehre gleich angefangen und bin nach Starnberg. Und dadurch, dass wir ja schon viel beim Angeln waren mit unseren Freunden und alles, hat es für mich nichts anderes gegeben. Und ich bin da auch so reingewachsen und es macht mir richtig Spaß. Also wenn du dein eigener Herr bist und arbeiten in der Natur, das ist schon was Schönes. Und ich habe halt noch ein bisschen einen Umweg gemacht. Ich bin halt noch nach München erst. Ah, du bist so der Klassiker. Auf dem Land groß geworden, die Schnauze voll gehabt in die Stadt. Ja, genau. Ich habe ja gemeint, mit dem Abitur musst du halt auch studieren. Ja. Und habe mir das aber schon auch so irgendwie vorgestellt, dass ich einfach mal woanders hingehe, was anderes anschaue. Bin letztendlich aber nicht recht glücklich geworden mit der Sache. Und dann erst einmal Elektrotechnik. Da bin ich gleich gespannt. Das ist überhaupt nicht mehr. BWL für die Leute, die technisch was machen wollen. Dann habe ich zwischendrin erst einmal noch gearbeitet und ein halbes Jahr. Und dann ein bisschen praktikumsmäßig rumgeschaut, welche Richtung, was interessiert mich überhaupt. Und dann Bauingenieur angefangen, was mich eigentlich bis heute noch sehr interessiert. Aber ich habe mir auch in dem Studium irgendwann nicht mehr vorstellen können, dass das mal mein Lebenswerk wird. Und bin ja todunglücklich heimgekommen und habe das meinen Eltern so verzeiht. Und habe gesagt, ich weiß nicht so recht, was ich anfangen soll mit mir. Und habe aber gleichzeitig auch gespannt, dass ich am Wochenende sehr gern von München heimfahre. Und am Sonntag ungern hinauf. Also ich misse die Zeit überhaupt nicht in München. Und habe da nach wie vor noch sehr, sehr viele Freunde oben. Habe da noch einen Stammtisch. Da kann ich gleich mal die Simpler grüßen. Am besten Stammtisch hier. Und das hat mir irgendwie die ganze Entscheidung schon ein bisschen leichter gemacht, dass ich da eher wieder zurückkomme aufs Land. Und mein Vater hat gesagt, ja, hilf uns mit. Wir brauchen die, bis du etwas Neues hast. Und bin dann irgendwie so durch Umwegen und so ein bisschen aus Versehen in das Ganze reingerutscht. Ich habe halt einfach dann die Ausbildung angefangen, damit ich irgendwas mache. Und habe jetzt dadurch mit 25 das erste Mal Gefallen dran gefunden am Familienbetrieb. Und zum ersten Mal wirklich vorstellen können, dass das auch was ist für mich. Und dann habe ich die Lehre zum Glück ein bisschen verkürzen können. Und habe dann auch gleich meinen Meister draufgelegt. Und jetzt sind wir ein reiner Meisterbetrieb. Fischmeister. Fischwirtschaftsmeister. Fischwirtschaftsmeister. Okay. So ein reiner Meisterbetrieb. Also mit dem Opa und mit dem Vater und mir zwei. Muss man Meister sein dafür? Nein. Es ist keine Pflicht, dass du bei uns so einen Meister machst. Aber es ist schon… Jetzt könnt ihr neue Leute ausbilden. Wer weiß, wo du bist. Das können wir machen, ja. Und das wissen wir natürlich auch sehr gut. Das meiste, was du so lernst da noch in der Schule, das ist noch sehr, sehr gut. Muss man schon sagen. Würde ich jedem zu Herz legen. Und das fühlt sich jetzt auch so an, als könntest du damit dein Leben verbringen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jeden Tag an den See rausfahren. Also ohne das könnt ihr den Beruf auch nicht ausführen. Also der See ist unser Büro. Und Homeoffice ist für uns entspannt. In meinem Homeoffice regnet es nicht. Ja, das ist damit eine gute Kleidung. Nein, aber tatsächlich auf jeden Fall in dem Bereich. Fischerei oder hier am See auf jeden Fall. Das kann ich mir ganz gut verstehen. Wenn der See euer Büro ist, wie sieht euer Tagesablauf aus? Wann geht das los? Also es ist ja fast Landwirtschaft. Steht ihr um vier Uhr auf, um die Kühe zu melden? Also gibt es da was Vergleichbares? Im Sommer stehen wir schon früh auf. Ja, natürlich. Das fällt runter. Ja, wir stehen natürlich sehr früh auf, weil wir müssen natürlich auch mit den Fischen, mit dem Verarbeiten auch dann fertig werden. Die Wirtschaften warten auch schon und die Touristen. Stimmt, du willst es ja tagesfrisch haben. Der Fisch, ja genau. Der Fisch muss natürlich auch frisch verkauft werden. Und deswegen stehen wir natürlich auch meistens auf, wenn die Sonne aufgeht oder auch schon früher. Da klingelt der Wecker meist dann schon so um fünf Uhr, halb fünf in der Früh. Ist aber auch schön, wenn man sich daran gewöhnt, dann geht das auch. Ich kann mir nicht vorstellen, mich an solche Uhrzeiten zu gewöhnen. Ich habe fünf Jahre lang die Morningshow im Radio moderiert und ich habe es nicht geschafft, die fünf Jahre lang mich daran zu gewöhnen. Ich bin immer um Viertel nach vier bin ich aufgestanden. Ich habe das nicht geschafft. Ja, also für mich ist es eine Gewohnheitssache und ehrlich gesagt, taugt mir das auch ganz gut. Klar, die Abende sind natürlich nicht so lang. Also auch im Sommer, wenn es schön ist. Ewig lang draußen sitzen, das ist halt natürlich nicht. Geht schon mal, aber das bereust du am nächsten Tag, wenn du dann ganz bis 18 Uhr dann arbeiten musst teilweise. Also die Tage sind halt im Sommer recht lang und halt auch sieben Tage Woche. Also da ist viel zu tun. Kein Wochenende? Ja, am Wochenende räuchern wir halt. Also wir fischen von Montag bis Freitag und am Wochenende räuchern wir aber auch jeden Tag und verkaufen halt eben die Fischsemmeln auf der Insel. Also wir haben eigentlich jeden Tag was zu tun. Wie viel Uhr fahrt ihr dann raus? Ja, das kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also im Sommer, wenn jetzt so die Hauptsaison ist, dann fahre ich mit dem Vater so halb fünf, fünf raus spätestens. Florian ist aber auch schon wach. Der hat dann schon den Fang vom Vortag in den Räucherofen und die räuchert die Fisch drei Stunden lang und wir schauen auch, dass wir relativ zügig auf dem See fertig werden mit dem Netze einholen und wieder auslegen und kommen dann so gegen acht Uhr heim, kurz frühstücken, aber wirklich auch bloß, dass man was im Magen hat. Das ist kein entspanntes Brunchen und dann schauen wir, dass wir mit dem Verarbeiten auch relativ zügig gegen Mittag spätestens fertig sind, weil die geräucherten Fische dann auch fertig sind, die müssen auch noch filetiert werden, der Laden muss hergerichtet werden und es wird dann bis Mittag schon immer ein bisschen stressig auch. Dann eben kurz Mittagessen, wenn es sich erlaubt, dann legen wir uns auch mal kurz schnell hin, aber das ist auch nicht immer gegeben und am Nachmittag ist halt Verkaufmann gesagt. Das heißt, ihr fahrt auch nur einmal am Tag raus? Genau. Eigentlich schon, ja. Manchmal fahren wir vielleicht am Abend noch, wenn der Fang einfach nicht so gut war und uns vielleicht auch noch daheim ein bisschen was Besseres einfällt, dann fahren wir vielleicht auch noch mal am Abend schnell raus, schauen nach, ob was los war, ob da was geht. Gegebenenfalls noch mal umsetzen, die Netze. Ich stelle jetzt mal die, wahrscheinlich ist das die dümmste Frage, die ich stellen kann. Was genau passiert eigentlich beim Räuchern? Also ich weiß, woran ich das fertige Produkt erkenne, aber was passiert? Da gart der Fisch da tatsächlich auch? Ja, also der gart, also beim Heißräuchern, da muss der Fisch mindestens im Kern 60 Grad Temperatur erreicht haben. Okay, dann gart er, ja. Dann ist er gar, genau. Und beim Kalträuchern? Beim Kalträuchern, da ist das anders, da darf das Fischfleisch nicht mehr als 30 Grad betragen, weil dann das Eiweiß aus dem Fleisch rauskommt und gart wird. Und das will man da bei dem Kalträuchern nicht erreichen, da will man die Haltbarkeit durch den Rauch, will man da erreichen. Aber warum das durch den Rauch haltbar wird, wissen wir auch nicht. Ja, das tötet ob oder was. Ist halt so. Ja gut, ich habe mir noch nie Gedanken über Rottkappel gemacht. Den Rauchgeschmack, ja. Aber das Fleisch ist dann nicht mehr, nicht gar, also nicht durch beim Kalträuchern. Besonders beim Heißräuchern ist das ganz wichtig, weil so ein schmeckter Fisch ja nicht, wenn er gar ist, wenn er gar Punkte erreicht ist. Genau, das ist auch ganz wichtig. Und ja, wir räuchern unsere Ränken meistens dann so drei Stunden am Tag. Und genau, dann sind sie fertig. Gibt es, oder andersrum, was ist der Unterschied zwischen einem Süß- und einem Salzwasserfisch? Jetzt, ich weiß, weil der eine wohnt im See, der andere im Meer. Ich meine, biologisch, geschmacklich oder irgendwie. Ja, also ich würde sagen, Salzwasserfisch ist ja eigentlich natürlich schon ein bisschen gesalzen, gell? Die sind nicht vielleicht vom Geschmack eher ein bisschen intensiver. Ja, also Salzwasserfisch, der ist vom Geschmack oft teilweise intensiver, muss man schon sagen, ja. Weil er natürlich durch das Salz ganz viele Mineralien hat. Und so ein Süßwasserfisch, ich vergleiche das mal mit einem Zander zum Beispiel, ein Kinderheder, der ist vom Geschmack ganz fein. Und so sind hauptsächlich auch die Süßwasserfische, die sind eher vom Geschmack etwas feiner, muss man schon sagen. Nicht ganz so fischig vielleicht, wenn man so sagen kann. Okay, Sardine, so als Gegenbeispiel dann. Ja gut, ich werde ja nochmal extra gesalzen. Ja klar. Wir hatten es ganz vorhin, sind wir kurz mal abgeschweift von Reglementierungen. Also müsst ihr irgendwelche Auflagen beachten? Also ihr kümmert euch um euch selbst in der Genossenschaft, was ja schon mal ganz angenehm ist, weil dann hast du mit Behörden nichts zu tun, oder? Mit Behörden eigentlich nicht, ne? Also wie gesagt, wir reglementieren oder beschränken uns selbst einfach, dass die Nachhaltigkeit gegeben ist, weil das einfach das A und O ist in unserem Beruf. Und natürlich schauen wir alle, dass das Ganze nachhaltig bleibt, das heißt einfach nicht mehr entnehmen, wie natürlich nachwächst, ganz einfach gesagt. Und natürlich schauen wir aber andersrum auch, dass wir alle davon leben können, also dass das nach wie vor ein Vollerwerbsberuf bleibt. Und da müssen wir halt eben in enger Zusammenarbeit mit der Fischerefachberatung Lösungen finden, Wege finden, dass das halt auch für die Zukunft, dass die Bestände für die Zukunft auch gesichert sind. Und so schauen wir halt auch unter dem Jahr, da werden immer wieder die Netzanzahl und auch die Maschenweite wird mal angepasst, dass man halt einfach nicht die jüngeren Fische rausholt, dass man einfach wirklich die laichreifen Fische, also einfach die vier Jahre alten mindestens rausholt, dass es gegeben ist, dass die natürliche Fortpflanzung wie sehr stattfinden kann. Wenn man die ganzen jüngeren Fische rausholt, dann wäre das ja das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Außer die jungen Zander, das wäre praktisch. Die dürfen dann schon ein bisschen wachsen, wir holen dann lieber die Großen raus. Aber so jetzt von außen gibt es jetzt keine Behörde, die uns da kontrolliert. An der anderen Seen ist es anders, die haben da schon staatliche Kontrollen, da geht es auch sehr genau, aber da ist es halt auch ein bisschen anders mit fünf anderen Staaten. Da ist es auch nicht so leicht, dass man da immer auf einen Konsens kommt. Aber das ist einfacher, weil der See gehört ja zum Freistaat Bayern und wir 16 Fischerfamilien und die Genossenschaften, wir haben das Fischrecht von dem See gepachtet, sozusagen. Ah, okay. Das heißt, ich dürfte ja auch gar nicht jetzt mir einen Fisch fangen. Also wenn du jetzt einen Angelschein hast, dann darfst du schon, also dann müsstest du eine Angelkarte bei uns kaufen und da darfst du dann natürlich unter gewissen Voraussetzungen, du hast bestimmte Regeln gibt es natürlich, darfst du dann angeln. Ja, genau. Ihr verkauft Angelkarten, das finde ich irgendwie lustig. Ja, dadurch, dass wir den See vom Freistaat Bayern gepachtet haben. So, ich glaube, die Verwalter des Sees. Genau, verwalten wir den See sozusagen und verkaufen dann Angelkarten an die, die natürlich angeln wollen und durch diese Einnahmen setzen wir natürlich auch wieder ganz viel Fische ein und bewirtschaften so den See. Also das gereicht zu 100 Prozent im Besatz, das eingenommen Geld durch die Angelkarten. Machen das viele? Ist Angeln noch ein Ding? Ja. Also Angeln ist total im Trend, muss man sagen. Echt? Ja, die Leute, also die Sportangler, die sind teilweise besser ausgerüstet wie wir. Die haben das beste Navigationsgerät drauf. Die haben hochmoderne Angeln. Die haben hochmoderne Systeme zum Fischen. Nein, also Angeln ist im Trend auf jeden Fall, kann man schon sagen. Navigationsgerät. Jetzt ist der Chiemsee nicht so groß, dass ich mich hier, also kann man hier nicht optisch navigieren? Auf jeden Fall. Wir haben ein kleines Navigationsgerät bei uns dabei. Das zeichnet einfach nur die Route auf, die wir geboren sind und dann können wir halt auch im Dunkeln unser Netz schneller finden. Okay. Das ist einfach nur Arbeitserlegerung. Wir können eine Wegmarke setzen. Wir können eine Marke setzen, genau. Und wenn es Nebel hat, ist das schon hilfreich. Also für uns schon auf jeden Fall. Also der Angler braucht es jetzt glaube ich nicht unbedingt, weil er dir nur beim schönen Wetter vielleicht angeln geht. Ja, aber du hast ja eine Tiefenkarte drauf. Das heißt, du findest halt einfach auch die Berge im See schneller. Und früher hat man das halt durch Peilungen gemacht. Da hat man sich irgendwie hier in einen Kirchturm neben einem Baum gesetzt und hat dann 90 Grad nochmal gepeilt. Zwei große Bäume, die hinter irgendwas verschwinden oder was. Und so hat man sich so ein bisschen die Marken im Kopf gesetzt. Ja, das wissen wir nicht mehr so gut. Aber unser Vater auf jeden Fall und unser Opa, der kennt eigentlich nur diese Peilungen. Könnten die das aufschreiben oder ist das was, was sie auch einfach im Gefühl haben, wenn die unterwegs sind? Weil irgendwann schleift sich sowas ja. Das haben sie im Gefühl und sagen sie uns natürlich dann auch. Diese Peilung, da ist dieser Berg. Jeder Berg hat einen eigenen Namen. Die wissen es ganz genau. Die sind ja damit aufgewachsen. Aber wir sind natürlich mit Echolot aufgewachsen und Tiefenkarte. Dann schaust du da rein und siehst dann, da ist der Berg. Und das kommt natürlich durch die Technik, dann geht verloren eher, muss man sagen. Wo sind denn die Fische lieber? Sind die lieber im Tal oder sind die lieber auf dem Gipfel? Also gibt es da so, ich vermute auch mal, dass es auch dann unter Wasser sowas ähnliches gibt wie Aufwinde und Abwinde. Und oft ist es halt einfach, unser Gefälle ist halt oft einmal ein bisschen interessanter wie an einer flachen Stelle, wo es einfach ewig nur in derselben Tiefe hingeht. Da ist auch vielleicht ein bisschen was los, aber interessant ist auch bei uns. Das heißt, du machst nur noch mal Hangfischen, wenn du so willst. Nein, es gibt halt einfach, also zu jeder Auszeit sind die Fische, vor allem halt die Renken, einfach, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, was auch unser Brotfisch ist. Also wenn die Renkenfang gut ist, dann geht es uns gut. Die Renken halten sich nicht immer in derselben Tiefe auf. Jetzt gerade sind es relativ tief. Also jetzt fischen wir gerade so 30 bis 50 Meter, da ist eher was los. Und im Sommer kommen sie eher ein bisschen seichter, so auf 20 Meter oder so. Und das muss man halt einfach auch wissen, zu welcher Jahreszeit. Manchmal kommen sie auch auf die Oberfläche hoch. Dann gibt es auch Netze, die kann man frei, also quasi unter der Oberfläche schweben lassen. Die stehen dann nicht am Boden. Die Möglichkeit gibt es auch noch bei den Stellnetzen. Und das ist halt die Erfahrung, die man haben muss. Und jeden Tag wird das immer wieder besprochen, wo könnten wir uns jetzt hinsetzen. Und da spielen natürlich auch die Erfahrung von unserem Opa eine große Rolle. Da reden dann vier Leute mit. Und der Opa hat dann natürlich auch ein großes Gewicht in seiner Meinung, weil der das seit über 75 Jahren den Beruf ausübt. Also jetzt sind es ja schon 80 Jahre dann. Das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und mit 80 Jahren Berufserfahrung, das ist schon brutal. Schaffen sonst so die Japaner. Ja, und wir haben natürlich auch eine Riesenfreude dran, weil so vom Grundprinzip her hat sich an der Arbeit, an unserem Beruf eigentlich nicht so viel geändert. Das ist ein bisschen mehr maschineller geworden, vielleicht bei der Verarbeitung. Ja, und ihr habt jetzt einen Motor am Boot. Genau, die sind damals gerudert. Und wir haben halt ein bisschen andere Materialien, die wir verwenden. Früher waren es halt einfach Baumwollnetze. Und wir haben halt jetzt Kunststoffnetze, mit denen fangt man da einfach auch ein bisschen besser. Und ja, weil die einfach dünner sind, durchsichtig sind. Ah, okay. Also ein Baumwollnetz, das ist dann total schwer, wenn das da aus dem Wasser rauskommt. Das haben die jeden Tag dann rausgeholt und haben das den ganzen Tag getrocknet und haben das auf die Nacht wieder ausgelegt. Also das ist schon ein bisschen, wir haben auch eine Maschine zum Netz ziehen. Früher haben wir alles nur mit der Hand gezogen. Wir machen es zwar auch meistens mit der Hand. Wie ziehen? Also so eine Rolle, so ein Puzzle im Ende, da kann man das Netz dann über den Motor einholen. Das ist halt alles so ein bisschen Arbeitserleichterung. Aber so vom Prinzip her ist eigentlich der Beruf seit Generationen relativ gleich geblieben. Das ist ähnlich, ja. Man geht halt immer mehr Verarbeitung und Vermarktung. Das wird immer viel wichtiger, muss man sagen. Früher hat man nur einen ganzen Fisch verkauft. Früher hast du einen Fisch, ja. Jetzt wollen sie halt nur noch Vellet. Ausgenommen und ausgekratzt und verkauft. Das geht heutzutage nicht mehr. Da musst du schon mehr dazu tun. Was macht ihr mit den Resten? Die bringen wir aufs Festland raus einmal in der Woche und dann kommt eine Tierkart aber Verarbeitungsfirma aus Erding und die machen da Biogast raus. Ist aber auch verpflichtend. Also wir dürfen das nicht einfach an den See zurückschütten. Nee klar, das ist ja eigentlich sogar schade. Also ich hätte gedacht, man könnte das irgendwie noch anders verarbeiten. Ja, aus den Knochen könnte man zum Beispiel Fischsuppe machen oder Fischfors. So Nose to Tail. Gibt aber, die machen das ja. Fischfors, private Leute, die kommen her und sagen, hey, hebt mir die Köpfe auf. Das ist schon gut, ja. Das ist aber auch sehr aufwendig, muss man sagen. Aber das ist auch ein guter Gedanke, dass man da noch einen Fischfors zum Beispiel draus macht zum Verkauf. Da könnte man das auch noch verwerten ein bisschen, ja. Aber so wird das Biogast draus gemacht. Das ist auch gut. Wenn der Beruf sich nicht verändert, gibt es noch irgendwas daran zu verbessern? Also, weil ihr seid jetzt eine Generation, die halt auch, also wir, wir sind ja eine Generation, die auch mit ganz anderen technologischen Ideen aufgewachsen sind als unsere Elterngeneration noch. Gibt es Momente, wo ihr unterwegs seid oder wo ihr den Job macht und denkt, das könnte man eigentlich tatsächlich noch verbessern, automatisieren, maschinisieren, irgendwas? Oder war es das jetzt? Jetzt ist der Beruf aus. Weiß es jetzt einfach. Wir schauen auch gerne mal in einen anderen Betrieb rein, bei Kollegen, einfach schon bei der Verarbeitung. Jeder hat so ein bisschen Seiltechnik oder vielleicht noch extremer beim Veredeln. Jeder hat so ein bisschen Seilrezept, wie er einen Fisch räuchert oder auch mariniert, einlegt nach Matisart zum Beispiel, ist auch so ein neues Ding. Oder was heißt, neues ist nicht mehr, aber Rinkenfilet nach Matisart eigentlich. Das ist mittlerweile echt was ganz Besonderes und wir fast schon ein Klassiker waren. Das hat unser Vater halt einmal angefangen vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren oder so. Und da macht das auch jeder so ein bisschen nach eigenem Hausrezept. Und immer wieder schaust du trotzdem bei einem Kollegen einmal was anderes an, wie die ihren Fisch veredeln oder was die daraus machen. Und man kann immer irgendwas lernen. Aber der eigentliche Beruf des Fischers ist fertig. An sich ist es Fisch fangen, Fisch verarbeiten und dann halt veredeln. Also das ist ein Handwerksberuf. Veredeln kommt dann einfach immer mehr. Ja, das Veredeln. Das Gastro, ja, aber veredeln, das ist halt eher das. Genau. Aber dadurch, dass wir jetzt auch den Fisch versenden und so Sachen machen, da können dann auch viele Sachen dazu. Konserven, macht die Konserven? Nein, aber Kollegen machen das. Wir nicht. Wir haben aber auch einfach nicht die Logistik und den Platz dazu. Wir sind relativ beschränkt auf der Insel und schauen mal, dass wir das Beste rausholen aus dem, was wir da haben. Und das funktioniert aber. Das ist eine kleine Sardinen-Dosenanlage mit einer Füße dran. So wie die Portugiesen. Ja, aber das ist auch gar nicht so unsere Philosophie. Bis der Florian hat gesagt, also wir schauen, dass wir das, was wir machen oder das, was wir können, dass wir das weiterhin gut halten und die Qualität einfach auch hochhalten. Die Leute, die zu uns kommen und Stammkundschaft sind, die wissen ganz genau, was bei uns kriegen. Und das soll ja so bleiben. Wir brauchen jetzt da nicht irgendwie das große Ding draus machen. Ja, also zu Dosen natürlich ist das was Interessantes. Es ist aber nur viel Arbeit da. Wir haben eh schon viel Arbeit da. Aber es ist ein guter Gedanke, dass man den Fisch halt sozusagen auch noch verwertet. Jetzt seid ihr ja teils Handwerker, teils Landwirte, sag ich mal. Wie ist es denn mit Nachwuchs? Habt ihr ähnliche Nachwuchsprobleme wie die normale Landwirtschaft, also die Feldbewirtschaftung, wie nennt man die denn, wie der Bauer? Also weil, ne, Bauer sucht Frau ist ja so ein, also diese Fernsehsendung gibt es ja auch nicht umsonst. Habt ihr da, wie ist das bei Fischern? Ja, also allgemein auf den Beruf bezogen, Seenfischer sind wir erstens sehr, sehr wenige. Es ist ja ganz eine kleine Zunft. Und es rendiert sich jetzt auch nicht für jeden, den Beruf jetzt da auszuüben. Wenn da ein Hintergrund ist mit der Familie, mit einem Familienbetrieb, dann macht es natürlich Sinn, weil dann hast du einfach die ganze Infrastruktur. Ja, aber was sagen Frauen, wenn ihr Frauen kennt, also Fraueninsel, wir wohnen auf der Fraueninsel und sind Fischer. Willst du mich heiraten? Ja, natürlich, da könntest du auch ein bisschen was dazu, dass du jemanden findest, der da mitspult. Ja, der ist ein Sonnens, ja. Aber wie reagieren die Leute auf euch? Also ich hab sofort nur den totalen Romantik-Flash gekriegt. Ich werde mit dem Boot abgeholt am Festland und flippen alle so aus? Die meisten beim ersten Mal. Beim ersten Mal noch, ja. Nein, natürlich, es ist halt, es ist schon irgendwie ein Privileg und vor allem natürlich auf der Insel auch noch. Aber es gibt auf jeden Fall junge Leute, die meistens aber, wie gesagt, einen Hintergrund haben, also die einfach aus der Fischer-Familie kommen und da macht das auch wirklich Sinn. Aber wenn man jetzt sagt so, mei, ich hätte jetzt da Bock, jeden Tag auf dem See rauszufahren, ein paar Netzhäuser legen, wenn du da einfach, also dann kriegst du auch das Patent sozusagen nicht. Wir haben eben 17 Rechte, eins ist frei, 17 Rechte aktuell am See, mehr werden es auf gar keinen Fall, eher weniger. Man kann sich schon bewerben, aber da muss ein bisschen was dahinter stecken. Also das kann man jetzt nicht ausgupfen. In Winzern klingt das, ja. Vielleicht, ja. Da kommen sie doch jetzt nicht aus, aber wir haben auch eine Winzer-Jugte-Insel, wir haben auch ein kleines Weingut hier, direkt kannst du bei Winzern rausschauen. Was? Da kriegt er 100 Fraschen raus. Ja, da gibt es ein kleines Weingut da drüber. Das ist der perfekte Ort hier. Brauerei kommt auch noch. Brauerei kommt ja auch noch. Ja, wir haben alles da. Also auf der Insel rinnt jetzt es. Vier Wirtschaften, eine Brauerei, wir haben sogar eine eigene Feuerwehr, die aber wir selber betreiben. Jede Insulane ist auch verpflichtet gleichzeitig, bei unserer freiwilligen Pflichtfeuerwehr dabei zu sein. Freiwillige Pflichtfeuerwehr? Da kannst du ja nicht fliehen. Wo willst du hin? Also wir sind quasi eine freiwillige Feuerwehr, aber von 16 bis 62 oder 60 ist halt Pflicht, dass du an ein paar Übungen im Jahr auf jeden Fall teilnimmst. Habt ihr denn, was habt ihr denn, habt ihr denn ein Feuerwehrauto? Ja, ein kleines. So ein Oldtimer. Ein Olden. Da ist das Nötigste drin, was man braucht. Ja, ist ja klar. Ja, ich brauche den nicht viel. Ich brauche nur eine Pumpe, ein Schlauch, Wasser ist schon. Ja, Wasser ist genug da. Also wenn es aber wirklich brennt, dann sind wir nicht dafür ausgerichtet, dass wir da den Großbrand löschen. Unsere Aufgabe ist dann, den Brand so weit wie es geht eingrenzen und dann kommen aber auch relativ schnell die großen Berufsfeuerwehren mit der Fähre und auch mit den Booten, je nachdem, wo es halt brennt. Wobei die ja trotzdem recht lange brauchen dürften, bis die da sind. Das war jetzt einmal, oder? Also da war ich nicht da, das war vor 15 Jahren oder so, wo du mal bei dem Einsatz dabei warst. Ja. Da waren die, glaube ich, in einer Viertelstunde nach, nach dem ersten Alarmwagen schütteln. Viertelstunde rum, ja. Das geht dann schon ziemlich schnell, aber wir sind einfach dafür da, dass halt für den Anfang gleich... Dass nur das eine Haus abbrennt und nicht die Nachbarn. Genau, ja. Also wir versuchen unser Bestes natürlich, aber... Wir sind ja nicht ausgerüstet. Richtig gut ausgerüstet sind wir natürlich nicht da. Hat eigentlich schon mal irgendjemand versucht, diese kleinste Gemeinde Bayerns einzugemeinden? Also wir sind eine, wie sagt man jetzt so, eine... Kleines, kleines, kleines Dorf. Also eine Verwaltungsgemeinschaft, ja, mit Staat am Chiemsee und Breitbrunnen am Chiemsee. Verwaltungsgemeinschaft, aber wir sind trotzdem eine eigene Gemeinde, Eigenständige. Eigene Bürgermeister, haben wir auch einen eigenen Gemeinderat. Von welcher Partei? Ich weiß nicht, es spielt hier eine andere Rolle, oder? Aber sonst war es schon sehr CSU lustig. CSU, ja. Das Leben auf der Insel ist eigentlich nicht großartig anders zu dem Leben auf dem Land draußen. Wir haben halt einfach nur ein bisschen Wasser außenrum, mit dem muss man ja klar kommen. Geiler Blick. Andersrum ist es wunderschön bei uns, gerade im Chiemgau. Also wir haben die Berge innerhalb von 30 Minuten erreichbar von der Insel weg. Wir haben das Wasser an uns rum. Im Sommer ist es natürlich das Allerschönste. In der Freibad kriegst du uns nicht so schnell rein, wenn du so was gewohnt bist. Und klar ist auch viel los im Sommer. Wie jetzt hier auf der Insel? Der Tourismus ist ja groß. Bis zu einer Million Touristen auf der Insel. Achso, okay. Also über das Jahr verteilt halt einfach. Aber wir leben natürlich auch davon. Das heißt, für uns ist es natürlich ein Segen irgendwo. Aber andersrum musst du natürlich damit klar kommen, dass, weil halt alles so eng ist, die Leute halt durch deinen Vorgarten fast nicht laufen können. Aber um 18 Uhr sind dann alle weg und dann sitzt man hier und denkt sich... Die meisten ab 16, 17 Uhr ist eigentlich fast nichts mehr los. Und dann siehst du auch die Insulaner, die dann rauskommen und dann in ihren Seekrundstücken halt unten beim Baden sind. Das gehört halt einfach dazu auf der Insel. Aber wir sind damit aufgewachsen. Wir können gut damit umgehen. Für uns ist das schon irgendwie ein schöner Ort. Das ist unsere Heimat. Wir sind aufgewachsen und wir melden es wahrscheinlich ja gar nicht anders. Ich bin sehr neidisch. Florian und Tassilo Lex, vielen Dank fürs Gespräch. Nett was? Tschüss. Wie sagt er? Super.